In diesem Video geht es um die besten Heckenscheren. Der Qualitätssieger in unserem Heckenschere-Test geht an die universelle Hedgepole Heckenschere. Die Akku-Hackenschere Universal Hedgepole 18 ist perfekt zum mühelosen Trimmenhohr-Hacken. Sie hat einen höhenverstellbaren Teleskopstiel mit Schwenkkopf, der leiterfrei und bequem eine Reichweite von 2,6 Metern ermöglicht. Das Bosch Anti-Blockier-System sorgt für eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung. Für eine bequeme Handhabung ist sie leicht 3,6 Kilogramm und optimal ausbalanciert. Ein leistungsstarker 18 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu zweieinhalb Stunden kontinuierliches Arbeiten ohne die Gefahr, in das Versorgungskabel zu schneiden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch AHS 5020. Die Bosch Heckenschere AHS 5-0-2-0-Li eignet sich perfekt für die Pflege von mittelgroßen Hecken. Sie verbindet schnurlose Mobilität mit maximaler Leistung. Für das kontinuierliche Schneiden sorgt ein Anti-Blockier-System. Die innovative Quick-Cut-Technologie sorgt dafür, dass Zweige und Äste erstmalig geschnitten werden, so dass ein schnelles und effizientes Heckenschneiden möglich ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Heckenschere-Test ist die Einhell GCH 1846. Die Akku-Heckenschere GCH 1846 Li-Kit ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Durch das neue Power-Exchange-Batteriesystem von Einhell verfügt die Heckenschere über einen 18-Volt-Akku mit 2,0-Aper-Stunden für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Die GCH 1846 Li-Kit verfügt über eine Akku-Füllstandanzeige mit drei LEDs, auf der sich der aktuelle Ladezustand auf einen Blick ablesen lässt. Die Akkus können zudem für sämtliche Geräte der Power-Exchange-Familie verwendet werden. Zum Lieferumfang gehört ein zusätzliches Schnellladegerät. Der integrierte Zweihandsicherheitsschalter bringt die Messer bei Loslassen eines Schalters in weniger als einer Sekunde zum Stillstand. Die Messer werden durch eine Messerabdeckung aus Aluminium geschützt. Der Stoßschutz ist mit einer Bohrung für die Wandbefestigung versehen, wodurch die Heckenschere im Handumdrehen platzsparend verstaut ist. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus Laser geschnittenem und Diamant geschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate. Im stabilen Köcher lässt sich die GCH 1846 Li-Kit sicher und bequem transportieren oder verstauen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.